Okay, Leute, mein Akku ist schon fast wieder leer. Ich muss sagen, zum Blick habe ich einen zweiten Akku mit, damit ich euch ja richtig mitnehmen kann. Ich werde wahrscheinlich sowieso nicht alles reinschneiden. Ach, ich habe jetzt schon als Lest die Aufnahme gerade jetzt einfach schon 7,59. Damit ihr das überhaupt noch seht, werde ich das ja alles so später zurechtschneiden. Das ist für euch wahrscheinlich am Endeffekt nur 10 Minuten oder so. Der komplette Film. Ihr müsst euch vorstellen, ich filme die ganzen Damen mit. Also, ich habe da ganz schön viel zu schneiden. Wenn ihr das Video seht, Leute, dann ist es bestimmt schon safe vier Wochen her, weil ich das gefilmt habe, weil es braucht ja immer noch eine Weile. Bis ich das Film alles geschnitten habe und so, da kommt ja eigentlich ganz schön sehr viel noch dazu. Amenakoi, ich bin jetzt einfach richtig abgefüllt. Übel heftig. Ich gehe jetzt auch mal verdreißen. Wenn irgendwas von hier in die Outings kommt, dann bin ich dich entfangen. Junge, ich habe nur noch 16 Prozent. Das ist ja richtig abwackt. Amenakoi. Das ist ja richtig abwackt. Das ist ja richtig abwackt.